Meine Lieben, ich will euch heute in dem Video zeigen, was bei mir Vertrauen heißt. Ich vertraue den Kaninchen und siehe ihn mir anscheinend auch. Ich habe meinen Kaninchen das nicht beigebracht, irgendwie. Ich habe einfach ihnen angeboten, sich neben mir zu setzen oder auf meinen Schoß und dann aus der Leckerli-Box zu fressen und sie machen das sehr gerne. Und ich will euch mal zeigen, wie Evie das toll macht. Evie lässt sich jetzt auch ohne Problem anfressen, anfassen, ja anfassen. Und Matsu hat das noch gar nicht so mit dem Anfassen. Aber das ist nicht so schlimm. Bei mir kommt demnächst der Tierarzt und lässt Evie auch impfen. Und das ist gerade gut, dass ich sie dann da auch einfach hochnehmen kann. Und auch anfassen kann, dass ich sie dann nicht durchs Gehege schie... Schießen? Scheuchen, scheuchen. Ja, auf jeden Fall, dass ich sie nicht durchs Gehege scheuchen muss. So, tschüss. Ich will euch noch ein paar Bilder zeigen und Aufnahmen davon, wo sie mir auf den Schoß sitzen. Also viel Spaß mit den Videos. Komm. Guck mal, guck mal. Weißt du, was da steht? Guck. Ja, fein. Ja, gut. Hey. Nicht meine Jacke. Okay, das ist schon mal dein Platz. Ja, 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 das ist schon mal dein Platz. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, was wollen die denn nicht? Dann kann man sie ein bisschen locken. So, jetzt hast du dich erstreckt, meine Liebe. Komm noch. Hm? Komm? Komm? Hm? Wer auf meinen Schoß kommt, kriegt leckerlis. Da, da ist es. Da, da muss man. Da, da muss man. Da, da muss man. Die kommen hoch. Mir traut es sich nicht. Kommst du hoch? Nee. Nee, du bist nicht so gut. Guck mal und guck mal. Du fühlst dich damit? So mal, die Juppe-Schwenke. So mal. Also, Ivi und ich sagen jetzt mal Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Also, ciao. Ivi sagt Tschüss. Danke, Kamera.